hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen tutorial ich werde euch zeigen wie ihr die regionalliga in fifa 23 installieren könnt der mod ist von slimontario habe ich schon sehr oft angesprochen der macht das schon seit einigen jahren dass er die regionalliga in fifa rein bringt bevor ihr euch das hier aber anguckt muss ich euch sagen das ganze ist nur auf dem pc möglich das geht nirgendwo anders nur auf dem pc er hat eigentlich auch schon ein tutorial wie das geht auf seinem kanal ist natürlich verlinkt aber halt auf englisch könnt ihr euch aber auch gerne angucken wie gesagt es geht nur auf dem pc und es gibt eine regionalliga mit 22 teams wenn ich nicht komplett verloren bin also es gibt nicht mehrere regionalligen wie in echt es gibt nur eine und die teams steigen dann auf sind so ein bisschen zusammengewürfelt so ihr geht erst mal bei seinem video hier unten in die video beschreibung geht auf download den mod manager müsst ihr euch auch downloaden das ist wichtig ich persönlich habe den jetzt schon hier könnt ihr den editor und den mod manager unter laden ich glaube hierfür braucht ihr aber nur den mod manager dann lade wir euch auf seiner seite hier rüber die mod runter dann startet ihr erstmal den mod manager wählt hier den dateifad aus wo ihr fifa gespeichert habt drückt auf select ich glaube bei euch müsste dann noch ein fenster aufgehen wo ihr den encryption key eingebt bei mir ist das jetzt allerdings nicht der fall weil ich das halt alles schon gemacht habe denn encryption key mache ich euch in die video beschreibung ich weiß wie gesagt gerade nicht genau ob man es braucht falls das abgefragt wird einfach kopieren und einfügen aus dem google dokument wo das da drin steht ist ein riesen langer code den ihr da einfach nur einfügen muss so und ich habe hier schon ein paar mods drinne ich mache jetzt einfach mal raus bzw den ep mache ich raus dann drückt ihr hier ganz einfach auf import mods das ist wirklich kein hexenwerk ich habe das dann hier gespeichert also müsst ihr dann dahin wo ihr euch den ep gespeichert habt und hier ist dann die main datei erstmal drinne drückt da drauf wird reingeladen ich habe das jetzt dauert ich wollte gerade sagen und dann müsst ihr nur auf apply mods drücken es gibt ja auch noch ein paar addons hier zum beispiel die sachen alle die drei nehme ich jetzt erstmal hier steht no career mode deswegen nehme ich nicht und dann einfach das gleiche machen zudem gibt es noch verschiedene scoreboards aber hier steht ja auch scoreboards only apply one of them das heißt nur eins auswählen wenn ihr hier eins haben wollt da ich zum großteil in deutschland spielte nämlich germany und auch hier wieder auf apply mods so dann haben wir erstmal prinzipiell alle drinne das schon mal gut ich importiere noch einen anderen mod den ich für meinen karrieremodus brauche passt gerade ganz gut so dann müsst ihr hier aber im ep mod ordner noch etwas bedenken denn hier gibt es den einen ordner importen installation drückt er einfach mal drauf geht hier in den ordner rein kopiert euch diese dateien strgc oder meinetwegen auch hier kopieren geht wieder zurück geht dann auf das hier dynamic log db werdet hier hingeleitet und dann einfach mal einfügen und ja dateien im ziel ersetzen so das passt erst mal das sorgt dafür dass die namen und so dass das alles passt ganz bin ich auch nicht drin aber macht es einfach das wichtig dann hier noch rechtsklick eigenschaften schreibt geschützt sonst überschreibt die das einfach übernehmen und ok dann hier noch mal zurückgehen und das command line argument auch nochmal kopieren oder so halt ne und dann müsst ihr bei play auf verwalten drücken eigenschaften anzeigen bei mir steht jetzt drinne ihr müsstet es noch einfügen und dann auf speichern drücken so dann ist man eigentlich mit dem größten fertig geht wieder zurück in mod manager und drückt einfach auf launch und wartet bis das spiel startet sieht ganz geil aus muss ich sagen mit berlin und so und auch mit original napoli zum beispiel oder olympiakos pereos mit rammes also ist schon heftig aber das worum es hier geht will ich euch jetzt zeigen um die regional liga hier seht das allemannia aachen bfc dynamo berlin chemie leipzig chemnitz karls salz jena energie kottbus fortuna köln fsv frankfurt unter haaching hessen kassel lock leipzig oberhausen offenbach münster rödinghausen erfurt schweinfurt der ssv ulm babelsberg lübeck rupertaler sv würzburg und dann sind wir wieder bei aachen ich zeige euch noch mal ganz kurz die trikots aber mal im schnelldurchgang props auf jeden fall an slim der das ganze hier wieder mal möglich gemacht hat ok als das jeder die haben jetzt andere trikots weil die in meiner karriere andere trikots bekommen haben sorry meiner fsv frankfurt und fortuna köln haaching und hessen kassel lock leipzig und oberhausen moment mal lock leipzig hat gar nicht die richtigen trikots das liegt daran dass wir in meiner regionalliga karriere schon relativ weit fortgestoßen sind und jede saison neue trikots machen das sind die für die neue saison heim und auswärts ihr könnt gerne reinschauen würde mich sehr sehr freuen macht extrem spaß der karriere modus und hier halt oberhausen offenbach und preußen münster preußen münster auch mit aufgestiegen das sind auch nicht die original trikots aber das könnt ihr euch jetzt selber angucken wenn ihr dann damit drinnen seit rödinghausen und rotweiß erfurt rheinfurz und ulm babelsberg und lübeck inklusive mirko boland und der wuppertaler sv und die würzburger kickers so und weil das einige interessiert zeige ich euch noch im schnelldurchgang die startausstellungen das hier ist aachen bfc dynamo chemie leipzig chemnitzer fc karls als jener energie kottbus fortuna köln der fsv frankfurt die spielvereinheit unterhaching hessen kassel lok leipzig rotweiß oberhausen offenbach preußen münster der sv rödinghausen rotweiß erfurt der erste fc schweinfurt der ssv ulm sv babelsberg vfb lübeck wuppertaler sv und die würzburger kickers und das war's ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß mit der mod ist eine extrem geile mod wie gesagt extrem cool dass es die überhaupt gibt und ich wünsche euch noch einen schönen resttag schaut gerne wie gesagt meine leipzig karriere und haut rein schweinfurt schweinfurt schweinfurt